So, heute Abend werden Sie mit der Beförderung von Behältern zum Güterbarer von Maschen beauftragen. Warten Sie auf die Signaländerung und beginnen Sie danach Ihren Dienst. Heute Abend wird es sehr stressig werden, also achten Sie auf Signale. Und damit willkommen zu einem neuen Video-Training-Simulator hier bei Gaming Filzen. In dem Fall heute mal auf der Strecke Hannover-Hamburg in Fahrt durch den Norden. Und Celle, glaube ich zumindest, nach Hamburg-Maschen, den größten Tangier-Bahnhof Europas. So. Ja, Celle ist richtig. Wir warten jetzt darauf, dass wir fahren dürfen. Das bleibt jetzt nicht. Ich sollte halt nicht nur die Zauern machen, dass ich mich an der Strecke schreibe. Geht es los! Ich hoffe, ob ich den Ton etwas leiser machen kann. Nein, leider nicht. Ich hoffe, ob ich den Ton etwas leiser machen kann. So, ich hoffe, man versteht mich, wie das etwas laut ist. Ich werde meistens losweisen und Gas geben. Man sieht es auch immer, wo man kann. 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 So, einfach mal holen. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Okay, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen gut. Aber... ... 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 Wir werden doch auf den Schmach und auf den Schmach. Das war's für heute. So, hier ist es nicht ganz so laut aufgrund der Locker, aber hier mal wieder ein. So, hier ist es nicht so laut. 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 Die Kirche Das war's für heute. So, das ist das B2-Dig. Ja! Das ist das B2-Dig. Oh, danke für die Götter. So, bis zu rechts muss ich jetzt hatten wir jetzt die Götter ein. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Überraschung des ZDF, 2020 Ja, das ist wirklich fast. so so ist hier ist wieder viel angenehmer so 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 3km noch so 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 how so 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 Zumindest ist der komplette Zuhörer. Von der Weiche irgendwo. Ja. Nein. Okay. Hätte sich jetzt auch geklärt. Kommt jetzt eigentlich was von hinten oder dürfen wir direkt weiterfahren? Ja. Abwart ist 21.43. Also ist noch ganz gut aufverteilt. Verweigert und verweigert. Okay. Dann. Ja. Würde ich sagen. Ich guck mal auf die Karte. Ob von hinten irgendwas. Unterwegs anrollt. Nö. Ach. Das ist ein Hochschuldigkeits-Skidernzug. Hier kommt auch noch ein Hochschuldigkeits-Skidernzug. Achso das bin ich. Irgendwo was unterwegs. Ein Expressreisezug. Ja. Der braucht aber auch noch ein Stück. Wie weit ist es von hier? Ja. Hier rüber. Ja. Wäre theoretisch genügend Zeit. Aber ich warte natürlich trotzdem den anderen zu. Ordentlich. Ab. Ja. Auf. Da ernsthaft. AllQ tiefe hat den anderen zu Largeen. Naja, wir warten auf jeden Fall auf den Hochgeschwindigkeitsreisezug, ja, mit unserem Hinterteil stehen wir auch, also, gut, das ist doch schön, kommt da hinten schon irgendwas, ich kann es halt schlecht erkennen, ich schaue nochmal auf die Karte, wir sind hier, der Hochgeschwindigkeitsreisezug ist aber zumindestens noch nicht beim letzten Bahnhof durch, aber es geht dann doch recht zügig, so wie sie es ist, ich schaue die Karte, ich schaue die Karte, das ist ja, ich schaue die Karte, Vielen Dank. Ach, das ist immer die Weiche, kann man verstellen. So, wir warten immer noch auf unserem Hochspindigkeitsreisezug, aber ich finde, von hier oben auf der Brücke kann man ganz gut die Züge beobachten. Ja, Landschaft ist auch relativ schön gestaltet, hinten auch sogar der Mond. Ja, Landschaft ist auch relativ schön gestaltet. Ja, Landschaft ist auch relativ schön gestaltet. So, da kommt der Hochspindigkeitsreisezug. Wir schauen ihn uns mal an. Auch ein IC2... Was ist das denn für einer? Ach, eine Doppeltraktion. Ah, habe ich auch noch nicht in diesem Spiel gesehen. Wir hatten ja vorhin einen einzigen Zug. Jetzt ist ein kompletter Zug. So, wir lösen die Bremse schon mal etwas. Dass es nämlich jetzt auch weitergeht. Also, wir sehen uns mal an. Amen. So, wir müssen jetzt einmal ganz kurz warten, bis auch der letzte Wagen hier vom Zug, also vom Streckenabschnitt hier raus ist. So, das ist jetzt der Fall, 160. Man sieht, jetzt sollte demnächst auch 200 kommen, also kann ich einfach dauerhaft beschleunigen. Das ist die Richtung 17,3 Kilometer. Wobei, ich glaube, da war schon nix. Ich bin erst jetzt mal rollen, weil... So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt noch ein paar Wagen hier sind. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt nochmal erwarten müssen. So, wir müssen jetzt mal gucken. Soll jetzt nach einer Einbahnhof und weiter runter? Ja, das ist eine große Abkürzung, aber das könnte ich eigentlich nicht gut sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht halt auch recht interessant aus bei dem Tempo einfach mal vorwärts zu kommen und dann auch noch ein paar Worte. Ah, eine Fugliebe und zwei E-Testival. Die gehen auf den Kurswerk. Das ist doch die Fugliebe. Oh. So, ab hier dürften es noch wieder 130 Da, ehm, das ist noch ein Kato So, jetzt kann ich wieder Gas geben. So schön. Oh. So. Ich glaube nicht, dass ich wieder ziehe nach der Weg zurück. So. 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin verdammt, dass es nachher ist. Ich bin verdammt, dass es nachher ist. Ja... Ich bin verdammt, dass es zu spät bemerkt hat. Mist! Ich bin verdammt, dass es nachher ist. Ich bin verdammt. Ich bin verdammt, dass es nachher ist. Ich bin verdammt, dass es nachher ist. Ich bin verdammt, dass es nachher ist. So, Wagenmäßig passt das auch ganz gut. So, erfolgreicher Anschlag. Nächste Station ist Maschen über Lüneburg. So, Ankunftplanmäßig ist um 22.19 Uhr. Ja, damit würde ich sagen, endet das Video auch für heute. Wie gesagt, im nächsten Teil ist morgen. Bis dann!